Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Schnupper-Vorlesung. Mein Name ist Andreas Fuhrmann, ich bin für das Marketing von InfraService verantwortlich. Wir in der InfraService-Gruppe, also auch Provades und die Provades-Hochschule, verstehen es als unseren Auftrag, Element des Erfolgs für unsere Partner in der Industrie zu sein. Aus diesem Grunde haben wir Hochschulangebote für Sie entwickelt, die wir Ihnen im Rahmen unserer Schnupper-Vorlesungen vorstellen möchten. Wir wenden uns damit an die Industrie, nicht nur im Industriepark Höchst, sondern weit darüber hinaus und ebenso aber auch an alle Studieninteressierten. Viel Spaß! Anfälligkeit globaler Lieferketten. Darüber möchte ich mit Ihnen in den nächsten Minuten ganz kurz sprechen. Was ist da im globalen Containermarkt los? Was ist im globalen Welthandel los? Was ist passiert? Es gab einerseits die Ever Given, die einen Kanal blockiert hat und es gab einen Hafen, der gerade weltweit den Containerhandel zum Stören bringt. Mein Name ist Peter Holm. Ich bin Prodekan an der Provades-Hochschule am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, beschäftige mich mit Logistik. I don't have ships, I have sea-going trucks. Damit begann alles. Malkin McLean, der Erfinder des Containers, 1956 gingen 58 Container erstmals auf die Reise. Heute ist der Containermarkt im globalen Welthandel nicht mehr wegzudecken. Gut 90 Prozent der gesamten Waren auf der Welt werden heute mit den Blechdüchsen, wie sie manchmal liebevoll genannt werden, auch transportiert. Aber es gibt Störungen aktuell und der gesamte Markt ist in extremen Turbulenzen und die Lieferketten sind wirklich extrem angespannt. Warum? Die Ever Given, eines der größten Schiffe der Welt, blockierte den Suezkanal. Der Suezkanal ist neben dem Panama-Kanal die wichtigste Wasserstraße. Gut, jeder dritte Container auf der Welt wird durch diese Seestraße transportiert. Der Suezkanal ist gut 190 Kilometer lang und eine Durchfahrt dauert ungefähr elf Stunden. Was ist passiert? Am 23. Mai fährt die Ever Given voll beladen mit knapp 19.000 Containern nach einem Schlingerkurs in den Kanal, in die Kanalwand. Die Folge war, dass der Kanal blockiert war und zwar knapp eine Woche. 400 Schiffe stauten sich, alle voll beladen. Ein Teil dieser Schiffe nahm den Umweg um das Kap der guten Hoffnung in Afrika, aber ein sehr großer Teil wartete und dieser Stau, der vollzog sich dann in die Industrie und in die Konsumenten. Dieses Schiff ist jetzt freigelassen worden. Es gab Verhandlungen zwischen der Suezkanalbehörde und der Reederei Evergreen. Schadensersatzzahlungen in Höhe von knapp 900 Millionen Dollar standen im Raum und man hat sich jetzt in dieser Woche geeinigt und das Schiff geht jetzt sozusagen in den nächsten Hafen. Ja, so sah es aus. Als das Schiff in den Kanal gefahren ist, hat ein Schiff gewaltigen Ausmaßen. Hier vielleicht nur einige Daten. Es zählt zu den größten Schiffen der Welt, hat eine Länge von 400 Metern, eine Breite von 59 Metern und der Tiefgang liegt bei 16 Meter. Das Startgewicht von gut 532 Airbus A380, ja, das ist das Gewicht dieses Schiffes. Dazu genug zu dem Schiff, zu dem Unfall. Die Folgen ökonomischer Art sind dramatisch. Professor Sebastian Kummer der Wirtschaftsuni Wien hat hier Kosten für die Weltwirtschaft pro Woche von 1,5 bis 2 Milliarden Euro taxiert. Die kumulieren sich unter anderem zum Bergungskosten, Mietkosten, der Container, Ausfälle in der Industrie und hier einmal das kurz dargestellt. Aktuell gibt es aber eine zweite Bruchstelle in den globalen Lieferketten und zwar coronabedingt ist einer der größten Häfen der Welt, der Yantyamport in Shenzhen nahezu stillgelegt. Er fährt auf einer Kapazität von 20, 30 Prozent. Und hier sehen Sie den Port, den Terminal am 6. Mai. Schiffe, markierte durch die gelben Pfeile, werden noch abgefertigt. Die FAZ titulierte sechs Wochen später der Megastau lähmt den Welthandel. Was ist da genau los? Und zwar das. Die Schiffe werden hier nicht mehr abgefertigt aufgrund des Stilllegens des Hafens oder aufgrund des Stilllegens großer Teile des Hafens. Und das hat selbstverständlich dramatische Folgen. Das habe ich Ihnen hier einmal nochmal aufgeschrieben. Mehrere hunderttausend Container werden aktuell nicht verladen. Und so entsteht ein globaler Domino-Effekt. Also Warteschleifen in allen anderen großen Häfen in Hongkong, in Singapur, aber auch am anderen Ende der Welt, dann in Los Angeles. Was sind die Folgen dieser beiden Dinge und was ist gerade die aktuelle Gemengelage auf dem globalen Welthandel? Corona-bedingt gab es in den letzten 18 Monaten eine globale Nachfrageverschiebung in der Industrie. Es gab extreme Preiserhöhungen und vor allem auf Rohstoffen, aber auch bedingt durch diese Vorfälle, die ich Ihnen eben gerade gezeigt habe, ein dramatisches Ansteigen an Frachtkosten. Hier haben wir dargestellt an dem Shanghai Containerized Fright Index. Heute kosten einzelne Verfrachtungen von Shanghai in die EU mehr als 10.000 Dollar und die gleiche Leistung wurde noch vor gut anderthalb Jahren für 1.500 Dollar abgefertigt. Das Zweite, es fehlt an Containern und zwar weltweit. Und das ist wirklich ein dramatisches Problem, auch aufgrund der bedingten Nachfrageverschiebung, also bedingt durch Corona. Und hier einmal dargestellt und das wird sich in den nächsten Jahren wirklich so schnell nicht ändern. Also wir haben hier ein zweites Problem und ein weiteres Problem, es fehlt an Containern. Was ebenfalls für die Wirtschaft global gerade gift ist, ist das Ansteigen der Rohstoffpreise, hier abgebildet durch den Index des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts. Und auch das trifft die Konsumenten, das trifft die Industrie und zwar wirklich, muss man sagen, zu einer Unzeit. Der weitere Punkt wird hier abgebildet durch eine Analyse des Instituts für Weltwirtschaft. Die Kollegen haben das wirklich sehr schön dargestellt, denn die Auftragslage in der Industrie, die erholt sich langsam, aber sie kann nicht auf Volllast produzieren, denn es fehlt ihnen an Rohstoffen. Ein bekanntes Problem des Mangels an Rohstoffen ist vor allem der Mangel an Halbleitern, der einige Industriezweige sogar dazu gezwungen hat, ihre Produktionen stillzulegen oder Kurzarbeit anzuführen. Und auch das wird hier abgebildet in diesem Chart, dass man quartalsbedingt einmal hier aufgezeigt hat, wie stark der Mangel an Rohstoffen eigentlich ist in der verarbeitenden Industrie. Und das zielt jetzt nicht nur auf eine Branche, sondern tatsächlich global. Man kann sagen, dass die Automobilbranche sicherlich extrem stark leidet unter dieser Gemengelage, die ich Ihnen eben kurz skizziert habe. Was lernen wir daraus oder was sind etwaige Folgen? Man kann sicherlich davon ausgehen, dass die Preisentwicklung in den nächsten Wochen und Monaten wirklich nur eine Richtung hat und zwar es wird nach oben gehen. Was Unternehmen verstehen müssen, ist, dass sie die Bedeutung der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten verstehen müssen. Sie müssen sich stärker mit der Bedeutung auseinandersetzen. Womöglich ist ein stärkeres Digitalisieren ihrer Lieferketten notwendig. Was aber ebenfalls eine Lehre sein kann, ist, von wo kaufen wir einen? Haben wir jetzt einen Lieferanten, einen Single-Source oder einen Dual-Source? Oder erweitern wir den Kreis der Lieferanten, wenn es möglich ist, dass wir halt einfach auch mehr Möglichkeiten der Belieferung sehen. Also das Thema Nearshowing könnte ein Momentum sein in dieser Phase oder aber auch der Aufbau von Lagerpuffern, was man eigentlich in der jüngsten Vergangenheit eigentlich nie gemacht hat. Da hatte man Just-in-Time-Philosophie im Kopf. Aber wie gesagt, aufgrund des extrem niedrigen Zinsniveaus kann das eine Option sein. Die Regionalisierung der Produktion hier in der EU, zum Beispiel das Thema Halbleiter, da ist man zum Teil schon dabei. Aber auch hier, das kann eine Lehre sein, die man vor allem mittelfristig womöglich umsetzen kann. Neu-Transport-Routen, andere Verkehrsträger wie den Container, das haben einige Unternehmen sicherlich auf dem Schirm. Es gibt eine regelmäßige Bahnverbindung zwischen der EU und China. Aber sie kann selbstverständlich nicht diese extremen Volumina abfedern wie die Containerverfrachtung. Aber es gibt die Diskussion darüber, dass man eine Nordroute nutzt für die Schiffe. Also man sieht, es gibt eine Gemengelage oder eine Möglichkeit, hier diese Situation zu bewältigen. Was aber bleibt, ist, dass diese Situation, man muss es so sagen, ernst ist, dass man diese Komplexität verstehen muss. Dass gerade sehr viele Dinge hier ineinander spielen. Und das ist für die Unternehmen wirklich nicht leicht. Auch für die Konsumenten, die müssen sich sicherlich darauf einstellen, dass das ein oder andere Produkt später kommt. Und aber auch, dass das ein oder andere Produkt schlichtweg teurer wird. So, und schließen möchte ich meine kurzen Ausführungen mit einem Zitat von John Steinbeck, dem US-amerikanischen Autor. Der Mann hat leider recht, wenn man sagt, das Leben besteht hauptsächlich darin, dass man mit dem Unvorhergesehenen fertig werden muss. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.